Verheißungsvoll, das was wir aktuell von den Aktienmärkten mitbekommen, zum Beispiel vom DAX, denn der ist tapfer nach oben unterwegs, hier der DAX Future, der Märzkontrakt hier, falls ihr das bei euch vergleichen wollt und wir seht, dass wir von den Tiefs, die wir hier jüngst hatten, beim Index ist es ein bisschen höher noch gewesen, nicht viel Unterschied, hier seht ihr das von den Oktober-Tiefs, da sind wir noch ein bisschen oberhalb gewesen, hier tiefer beim Index als hier im Januar, seitdem sind wir aber tapfer nach oben gegangen, sehr stabil nach oben gegangen und es hat den Eindruck, ich gehe mal ruhig auf den DAX Future wieder, als ob das eine starke Aufwärtsrichtung eben ist, mit vorne eine Pause, aktuell jetzt vielleicht eine Pause und anschließend noch mal ein Stückchen weiter nach oben und so sieht es beispielsweise aus, wenn der Markt sich in Haupttrendrichtung bewegt, das ist also das klassische Bild, wir haben das hier auch im großen Chart beispielsweise hier so im Mittelteil, da war hier mal eine Pause, zack, da mal eine Pause, hier so das Endstück und danach kam ja hier diese Korrekturphase und wem das da nicht gefällt, der kann hier nochmal gucken, hier irgendwie sowas in der Richtung, also dieses Grobverhalten hat der Markt sehr häufig, das muss nicht immer ganz perfekt aussehen, aber je deutlicher es eben zu erkennen ist, desto besser ist die Aussagekraft, das heißt, dass zumindest mal die letzte Preisaktion beim DAX positiv ist und dementsprechend wackelige Rücksetze, also Korrektivbewegungen nach unten, dafür sprechen, dass das, was wir hier vorne haben, also eigentlich das hier, sich nochmal fortsetzt. Also im Moment das Bild im kürzerfristigen Chart positiv, also 4 Stunden Chart, Stunden Chart von mir aus, sowas in der Richtung. Nicht notwendigerweise jetzt für heute Nachmittag, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es in irgendeiner Form noch so aussieht, im Gegenteil fände ich eigentlich sogar noch ein bisschen praktischer, weil man dann wirklich schön sehen kann, ah, das ist die Korrektur und dann setze ich da die fünfte Welle nochmal fort, also das, was wir da haben, da hinten nochmal, wäre eigentlich hervorragend geeignet. Dann allerdings, wenn das nächste danach eine Korrektur ist, haben wir eine realistische Chance, dass sich das Ganze nochmal fortsetzt. Wenn ich auf den DAX gucke, das sieht fast genauso aus, allerdings, da wir ja ein bisschen abweichende Zeiten haben, und der macht ja um 17.30 Uhr immer zu, kriegt also das Nachtgeschäft oder Spätabendgeschäft gar nicht mit, kann es sein, dass wir da schon quasi in diesem Korrekturbereich drin sind und anschließend nach oben gehen. Das ist nicht unrealistisch. Vorsichtig, das hat nichts damit zu tun, ob wir die 20.000 sehen oder nicht. Das ist jetzt erstmal quasi das, was wir vorne haben, nach einer Pause da hinten nochmal. Wie weit das dann in etwa geht, darüber hinaus, das wird dann in diesem Umfeld entschieden, nämlich zum Beispiel erkennbar daran, dass Abwärtsbewegungen, egal ob klein oder groß, eher wackelig sind und die Aufwärtsbewegung weiterhin erst nochmal die starke ist. Ja, also insofern, das wäre etwas so mal als grobe Zielrichtung, hängt natürlich noch davon ab, wie lang das jetzt hier wird, und hängt davon ab, wie tief diese Korrektur geht. Die kann ja ein bisschen tiefer, ein bisschen höher gehen, und dann könnt ihr das so in etwa orientieren. Ich hau mal Nagel in die Wand, so ein bisschen Orientierungspunkt vielleicht, das Hoch vom Anfang Februar hier. Das wäre vielleicht eine ganz gute Geschichte dafür. Also, ihr seht gar nicht so schlecht das Bild, was wir hier haben. Wie sieht es bei den Amerikanern aus? Hm, also, nicht so viel anders eigentlich, denn wenn ich mir diese Bewegungen angucke, macht das auch fast den Eindruck, was wir bis dahin haben, dass die beiden Pausen, die wir hier in der Aufwärtsbewegung haben, diese Knubbel, quasi das Ding hier und das, die sind weit voneinander entfernt, und je mehr der Abstand dazwischen ist, desto eher ist es eben nicht korrektiv, und mal gucken, was das jetzt hier für eine Korrektur noch wird, ob wir dann nicht vielleicht im Nachgang dann nochmal die Longseite da angehen können. Bitte nicht jetzt sofort long gehen. Halte ich nicht für so clever. Warum? Wir haben natürlich hier irgendwo dann Unterstützungsmarken, oder kann der Markt abprallen. Aber ob das dann der Startschuss hier nach oben ist, das werden wir tatsächlich sehen müssen, das heißt, entweder für die kürzerfristigen hier mal gucken auf diese Rücksetzer, oder von mir aus auch sowas als eine Triggermarke. Ich bin auch nicht so ganz glücklich damit, weil das viel länger gedauert hat als diese Korrektur, und ich mag immer, wenn das nicht so ein Riesenunterschied ist. Also dann war so lang die Anstiegsphase, so lang die Korrektur. Typischerweise sind Korrekturen zumindest mal von mir aus halb so lang wie die Geschichte. Warum auch halb so lang? Ja, macht ja auch Sinn, weil wir sind ja auch nur halb so tief gefallen, dann ist natürlich auch klar, dass es halb so lange dauert. Aber das ist schon ganz schön steil hier. Das heißt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir das als ein Trigger hier schon benutzen wollen, sollen, dürfen, aber zumindest mal die Chance, dass es danach nochmal nach oben geht. Das hier durch Stöß und weiter werden wir dann sehen. Aber wackelig hier auf kleinerer Ebene würde das Ganze ebenfalls unterstützen. Ganz grob ähnlich ist es natürlich hier beim S&P 500, zumindest mal was diesen Teil hier angeht, hat man den Eindruck, idealerweise bleiben wir in den nächsten Stunden oberhalb dieser Hochs, die wir hier haben. Denn je weniger wir da drunter gehen, desto weniger haben wir Kursüberschneidungen wieder. Und wir wissen, wenn es Kursüberschneidungen gibt, dann wird dieses Verlaufsmuster schnell zu einer Korrektur. Wenn das aber eine Korrektur ist und die starke Abwärtsbewegung geht, dann wäre das das Zeichen. Das Ganze kippt ins Negative. Also Abbruch der Hochmarken. Wo liegen die ungefähr? Beim S&P Future ist das ungefähr 44.120, also 4.420, beziehungsweise die Zwischenhochs vom 14. Februar. Das kann man sich ganz gut merken, findet ihr selber im Chart auch. Das wäre schon mal so das Erste, was ich nicht so gerne sehen würde, dass das durchstoßen wird, wenn es denn wirklich bullish bleiben soll. Alternativ für die Short-Seite finde ich es gar nicht schlecht, wenn er dann irgendwie ein bisschen wackelig hochkommt. Denk mal so wie hier. Ja, wir haben eine starke Abwärtsbewegung. Die Fünffälligkeit kann man erahnen, aber muss man auch nicht. Wir haben eine dreiwellige Aufwärtsbewegung. Guckt es nochmal an. Ich mache es nochmal weg hier. Also A, B, C. Das ist was klassisch dreiwelliges. Das wäre etwas, was ich gut finde. Für eine Korrektur. Wenn wir sowas dann hier bekämen, ja, dann würden wir wohl das vorne hinten nochmal irgendwie bekommen. Dann würden wir das vorne hinten nochmal bekommen. Und damit ist das ganz klar korrektiv. Und dann ist sogar die Frage, ob wir nicht das sogar nochmal bekommen. Also der Markt noch immer auf der Kippe. Wir haben ein interessantes Niveau jetzt. 14. Müsst ihr euch mal merken. Diese Zwischenhochs, die wir da haben, die kann sein, dass sie wirklich die bullische Stimmung kaputt machen. Beim Nasdaq aktuell ebenfalls im kurzfristigen Bereich ist es spannend, wenn wir das hier bekommen. Dann hätten wir wieder unseren Fünffäller. Dann hätten wir die Chance auf die stark wackelige Aufwärtsbewegung, um dann die Fortsetzung zu machen. Ich sage mal so ähnlich wie hier jetzt. So ganz grob. So richtig schön ist es hier vielleicht nicht gewesen. Aber ich sage mal so, die Chancen, dass wir nochmal in den nächsten Stunden eine Abwärtsseite bekommen und die dann vielleicht sogar das zarte Pflänzchen aufwärts kaputt macht. Zarte Pflänzchen aufwärts. Ist es denn überhaupt eine Aufwärtspflanze oder ist es nur so eine komische, naja, Knospe, die da mal so halbwegs dürftig vor sich hin welkt? Das ist tatsächlich etwas hier. Schaut euch das mal an. Es ist sehr wackelig nach oben, sehr korrektiv. Korrektiv nach oben heißt eigentlich Gegentrend. Das war der starke Trend. Also noch nichts vom Tisch. Die Chancen bestehen weiterhin, dass der Markt nach deutlich nochmal nach unten verlängert und wir realistischerweise sogar vielleicht die 13.000 hier beim Nasdaq nochmal in Angriff nehmen. Vielleicht dauert das allerdings noch ein bisschen. Wir werden das sehen. Aber die Chancen dafür sind noch nicht vom Tisch. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.